Auf einer Infoveranstaltung Mitte Dezember stellte das Forschungsinstitut für biologischen Landbau und die Interessengemeinschaft Hof- und Weidetötung auf dem Hof Silberdiestel neue Ergebnisse aus der Forschung über die Hof- und Weidetötung vor. Eine gute Vorbereitung ist dennoch wichtig. Das Tier sollte vor der Tötung an den Einzelplatz und die Berührung durch das Beuzenschussgerät gewöhnt werden. Hier habe ich schon gemerkt, das sind zwei Tiere, die wir aus den Herden hervorheben haben, auch um zu zeigen, sie sind jetzt überhaupt nicht essensibilisiert. Also hier einfach anlegen und fährt so. Da kommt es sonst nie so nach. Und das müssen wir halt auch üben, indem wir das Tier berühren. Auch bei den Schweinen ist es extrem wichtig, dass sie sich zuvor an den Platz gewöhnen. Den Stall hier vorne nehmen, können sie hier auch akklimatisieren, im Sinne von zwei, drei Gäge hier einstahlen, mit Futter und Wasser. Und das ist es, dass sie hier auch akklimatisieren, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser. Und das ist, dass sie hier auch akklimatisieren, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser, mit Futter und Wasser.